Willkommen zurück zu Let's Play Man Hunter 2 BAM Sechs Jahre früher Vor sechs Jahren mein ich Hey! Both Targets! Repeat! Both Targets! What?! Not both Targets! Not me, you fucking assholes! They're gonna be here any minute. Mike's still got the keys. We're gonna have to find him. I'll take care of this one, Danny. He has the key to the boat. It's our only way out of here. There he is! Free! Over here! We got him! Got him in my sight! Hmm... Also, um... Drop that key, Mikey! Ja, wir verfolgen jetzt auf jeden Fall den komischen schwarzen Kerl. We don't have to do this! We don't have to kill you! Don't make me kill you! Oi! Was war das denn mal finden? Uh, hier... This is not happening! Please, this can't be happening! Listen up! We got a rogue agent in there! You two start a sweep from this side! B-Team is coming in from the harbor! Let's show him what we do to Project Traders! Hm... Hm... Das ist natürlich blöd... Am ich bei mir irgendwas? Nein. Oh Gott, jetzt habe ich eine WhatsApp-Nachstück gekriegt. Ich habe mich voll erschreckt. Ich nehme deinen da reinwerfende Snakes. Cushion. Ey, ist runtergefallen und ist aufmerksam geworden, oder was? Okay. Ups. Bam. Bam. Oh Gott, ich sollte schon auf die Faust wechseln. Steh auf. Au. Bleib ruhig liegen. Bleib liegen. Hey. Hey. Das ist natürlich scheiße, ohne irgendwas hier rumzulaufen. Das ist so empfindlich. Das ist das Rad-Ding. Oh ja, das ist Kletter. Das ist das Rad-Ding. Das ist ja auch ein isolerischer Kletter. Naja, jetzt habe ich einen Schlagstock. Kommt jetzt da einer oder wo? Obwohl der ist im Schatten, der ist eigentlich versteckt. Wie gehe ich da rein? Versuchen wir mal ducken. Ich würde sagen, Stichwaffen sind immer besser. Ich würde dich auch lieber hier unten töten, aber naja. Ja, ich habe gerade einen fahren lassen. Aus purer Angst. Ich würde sagen, Stichwaffen sind immer besser. Ich würde das immer noch drüber klettern. Ach, C waren die Wandstellen. Genauso. Ja, wie gesagt, wenn man Hitman spielt und danach das hier dann. Ist man etwas leicht verwirrt mit den ganzen Commandments. Komm schon. Mann, ich will die noch cool töten Cool Und das ist auch Medizin, anscheinend Ich glaube ich kriege das nicht hin, ich bin zu blöd um die Richtung zu bringen Das ist meine Chance Was ist denn mit dir? 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 Wie war es denn mit dir? Was ist denn mit dir? Du hältst dir einen soh представ instaust zu lassen Wer die ganze Tür kommt, wenn wir nicht dazu kommen Wache die auslösen Ah, era lecker Was ist denn mit dir? 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 Komm, geh weiter, geh zum Anderen und guck's blöde mal eigentlich. Ja, komm, geh weiter, geh zum Anderen, guck's an. Let this dead, sorry bastard be a lesson to everybody. We're playing games, fucker. Fuck's sake! On me, on me! Okay. Naja, ich wollte wenigstens einen da reinschmeißen nochmal hier. Ich würde sagen, äh, Boom Headshot. Ich hole mal noch ein bisschen Leben vorher. Und ich wollte in diese coole Presse reinschmeißen. Naja, mit dem Laufschwing ist schlitzendig hinterher, äh, wo ist er überhaupt hingelaufen? Oh, sexy. Fuck! No reply! Get your asses to Machine Hall 1, NOW! Okay. Gotta get that key. That boat is our only way off this island. Hm, nein? Ja. Ja. Wobei immer noch, wer hat den Scheiß gemacht und hingelegt? Naja. Ich weiß, dankeschön. Ich muss die Waffe auswählen. Ich muss die Waffe auswählen. Ah. Ich würde sagen, Mission erfolgreich. Wie viele sind denn noch da? Oh, das sind Munition. Da auch? Ich habe das Gefühl, dass das eine Schießerei werden soll, wenn hier so viel Muni... Oh, da liegt ja überall Munition rum. Ach du Scheiße. Ja. 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 Ich weiß nicht, dass er so gut zielen kann. Ich meine... Im Endeffekt... Wohin hittet er die? Ja. Ja, Munition nicht verbrauchen kann, glaube ich. Okay, äh... Hab ich hier nahe, war es doch... Perfektissimo! Da liegt hier noch irgendwie Munition, oder ist das nicht? Diese Kaktos ist das, ne? Ach, da ist noch Munition. Pff. Oh mein Gott. Warte. So brauche ich überhaupt so viel Munition. Wieso bin ich überhaupt hier lang gegangen? Muss ich nicht irgendwie Treffer hoch? Ach so, ich gehe diesen Punkt nicht. Okay, ich habe im Endeffekt 90 Schuss gerade. Ah oh, ich sollte vielleicht für mein Leben mehr achten. Okay. Ah, ich verstehe, ich verstehe. Äh... Pssst. Was war das nochmal? Wärterste? F? Ah cool, F. Aaaaah. Ich glaube, ich bin richtig hier. Sieht richtig aus, ja? Da hinlang, oder? Ich suche doch immer diesen schwarzen, oder? Ja, ja, komm, komm, komm. Oh, cool. Achso, wir können nicht mehr als 75 anscheinend. Oh, es gibt doch Maximum. Ich bin nicht, ich werde dich töten. Psycho, du hast mich geholfen, zu tun. Oh, cool. Du hast mich geholfen und sterben? Kann ich den nicht irgendwie erschießen? Anscheinend nicht, oder? Oh, doch! Das heißt, wir hätten ihn auch direkt erschießen können, oder? Cool. Ah, natürlich. Oh, natürlich. Ist ich überhaupt richtig? Anscheinend, ja. Ich nehme mal die Munition von oben noch schnell mit. Ja, wenn schon, denn schon, ne? Ist das überhaupt so dreckig geworden? Ich meine, ich habe gar nichts gemacht mit dem. Ich habe ihn erschossen. Ich habe mich gesteckt, weil wir es nicht mehr haben. Ich habe das gegeben. Ho, ja. Was ist denn? Bestimmt tausche ich dich nicht in meine Knarre ein. Ok. Ach jetzt bin ich hier oben. Oh, vielleicht habe ich da noch eine Chance einen reinzuschmeißen. Ach, scheiß drauf. Ach, scheiß drauf. Ach, scheiß drauf. Ach, scheiß drauf. Schwer kann es eigentlich sein, jemanden einfach irgendwo da reinzuschmeißen. Ach, heute ist nicht mein Tag, heute ist nicht mein Tag. Und nein, Australien, ich habe den Australian Let's Gamer. Ich habe immer noch diesen Stereo-Copic-Mode-Dingens gefunden, weil das irgendwie nicht in dem Ordner drin ist. Und ja, ich habe den ganzen dicken, fetten Ordner durchsucht und da war es nicht. Ah, ich weiß. Ok, ich bin hier. Au. Ach so, ja, ich will ja wieder raus eigentlich, ne. Ob ich vergessen, ich bin eigentlich hier entlang. So schön, wenn es das Ding Wende hätte und sowas, damit ich erkenne kann, wohin ich gehe. Mein Scheiß-Karte-Name. Wanhole-Karte-Gamer. Ich muss sagen, das Spiel ist viel, viel einfacher geworden mit Waffen. Immerhin eine Exekution, ja? Ja, besser als nix. Oh, ich bleib'n mich nicht mein Spiegelnden bin. Ähm, ähm, okay, ähm, ach da. Ja, ich bin wirklich Spiegelnden, als ich weiß. Wenn das Projekt eine Krieg will, haben sie einen. Was vor sechs Jahren? Oh, zwei Style Points, yeah! Ganz viel, ne? Okay, das war's wieder. Bist du Eni vom Hausen? Tschüss! Tschüss!